Hallo, hier ist wieder euer Pampers Tester. Heute teste ich wieder eine Bebewindel. Heute die Libro Schwimmpants, eine Schwimmwindel Größe M, 10 bis 16 Kilo. Hier mit einer 6 Stück Packung. Hier von vorne, von der Rückseite, hier nehme ich sie raus. Ist sehr weich, ist auch sehr bunt. Hier von vorne, von der Rückseite, hier drehe ich sie um. Und man sieht auch hier einen kompletten Saugkern. Von vorne, bis in hinteren Bereich. Links und rechts, Auslaufschutz, hält alles sicher in der Windel. Hier drehe ich sie wieder um. Hat eine Länge von 52 cm. Und der Bauchumfang würde gehen hier ab 38 cm, etwa so. Optimal noch, bei 58 cm. Etwa so. Und maximal dehnbar noch. Man sieht auch hier, sehr gut dehnbar, bis 68 cm. Und auch hier sieht man, man kann sie leicht auseinanderreißen und leicht zu entsorgen. Und dieser Saugkern Quellt dem Wasser nicht auf. Also es bleibt dünn. Hier. Und hier von vorne, die Libro Schwimmpants. Medium. Von vorne. Von vorne. Von der Rückseite. Auch hier optimal im Schritt. Von vorne. Von der Rückseite. Und es bleibt das große Geschäft sicher in der Windel. Im Wasser. Und das ist optimal. Also. Neue Packung. 2012. Kompletter Saugkern. Auslaufschutz. Großes Geschäft bleibt sicher in der Windel. Wird nicht dick im Wasser. Ist atmungsaktiv. Optimale Passform. Ist Bewegungsfreiheit. Seitlich einreißbar. Und wenn man nach dem Baden sie langsam auszieht. Ohne dass sie seitlich einreißt. Kann man sie noch einmal verwenden. Indem man sie trocknen lässt. Ich habe sie auch an. Im Wasser. Muss sagen. Sehr gut. So. Das war wieder die Libro Schwimmpants. Medium. 10 bis 16 Kilo. Und das war es wieder. Für euch. Bis zum nächsten Mal.